Ich will mich nicht beschweren. Ein bisschen merkwürdig geleuchtet in dem Licht. Ich würde fast erwarten, dass mich hier jemand überrascht. Drei Pflanzen. Ich gehe mal davon aus, dass mich hier keiner mehr großartig überraschen will. Von daher... Ist doch immer noch... Ne, okay. Ich werde mich vertrauen. So... Oh... Gut. Ich werde mich entspannen. Ich werde mich selbst überraschen. So ich werde mich selbstein. Heine your corps neben dem Boden, und diese Bögen nicht mehr haben. Oh, oh! Hmm. Hmm. Huh. Nein? Geht nicht mit dem. Er bringt Probleme. Gut. So lange. High time we went home. Wir gehen, wenn ich trank habe. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Und noch ein Sekunden, zu schnell. Entschuldigung, du hast einen Kontrakt für mich. Oi. Es mein Bruder Mikkel. Es hat eine Woche seitdem du die Frauen von Bellows in die Hälfte. Die Frauen von Bellows? Die Bellows waren eine richte Stadt. Bis die Krieg durchging. Die Hütte wurden verletzt, die Flasen wurden verletzt. All the menfolk conscripted. Women were left to fend for themselves. Without food nor shelter. No one wanted them. Redanians wouldn't let them into Novigrad. So Mikkel took them to the old mines. Get them out of the rain at least. And I've not had word from him since. Puh. Good look into it. If you paid me more. 280 zahlt er mir. All right, my brother's life is at stake, so I can't escape. It's a deal. All right, I'll look for your brother. Irgendwo steigt meine Erfahrung. Irgendwo steigt meine Erfahrung. Er war der einzige Mann in einer Gruppe von Frauen. Die Hütte sind nicht immer in einer Kondition, in der ich den Sex entscheiden kann. Die Hütte? Geh sie zurück. Sie wurden verloren, das ist alles. Aber, wenn das Schlimmste kommt zu Schlimmste. Na gut. Er hatte Kaffskinn-Ankle-Booten. Der Arbeiter von Meister-Klogs. Er sagte ihm nicht, ihn in die Hälfte zu tragen. Er würde ihn nur verletzen. Aber er war so stolz davon. Ich denke, dass ich genug weiß. Danke. Gut, dann hat er mir schon mal geholfen. Gut, dann denke ich mal... Das hört sich nach. Ergern. Du musst nachdenken. Ich öffne die Hälfte für dich. Er hat eine Firma. Wer ist das? In-Kape. Vodka. Wer ist das? Er ist ein Wurziger. Er hat zwei Wurziger. Er hat zwei Wurziger. Hey, Greer-Boy. Was ist das Problem mit zwei Wurziger? Na ja, einen schweren Anast. Ich weiß nicht, ob er einen extra Wurziger in seinen Wurziger auch bleibt. Du verdammt. Ich muss wissen, wer du bist. Oder muss ich deine Zunge mit meinem Knopf auslösen? Was ist das? Ich bin nicht nur ein Wurziger. Er ist das. Ich weiß nicht. Was ist das? bring it on go away or I'll kill you damn it enough bring it on undieten okay have you any idea what the baron will do when he learns of this butchery the village he'll tear it apart before anyone can say it was some wandering mutant done it an iron fist he's got where's hendrick you deaf you understand what i'm saying baron won't let this stand calm down your baron's no idiot seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements now where's hendrick man lives in heatherton don't know where that is other side of the hill look that away this morning saw a strange glow imperials on the raid perhaps but who knows anything else you can tell me about hendrick odd fellow arrived from who knows where and for no apparent reason shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread baron's men don't like strangers i he stays out of their way always seems to know when they're coming always manages to disappear thanks go out the back more the barons man in the village no need to worry about me i'd rather you not make any more trouble yourself for us both läuft oh das war ein enhancement ah da ist der andere er sollte aufwischen ein paar sachen die man umschmeißen kann dann wollen wir mal sehen ob ein stärkeres schwert gefunden haben oder eine stärkere axt die stärkere axt ist der fall tatsächlich warum nicht warum nicht ist sowieso die bessere variante der axt fürs kämpfen definitiv oh hey wenn die es darauf anlegen ich meine ich will nicht unbedingt ärger machen aber wenn die es echt darauf anlegen was hat eigentlich ausrüstung gehabt ne ja ach das war der greifenkopf hm den nehme ich noch mal ein bisschen mit bis ich mehr geld dafür bekomme ah da muss man erst noch lesen na gut da muss man eine magier zeigen okay wollen wir mal sehen ich könnte hier auch einfach noch niedermähnen okay das war schon alles an gegnern ist ja fast schon traurig na gut na gut hm hm ja die pferde weg oh klappt nicht oh ich hab die axt draußen machen ich die axt draußen eigentlich wollte ich boxen aber ok was eigentlich mein gaul ist gar nicht hier ok sie haben die tür abgeschlossen ich denke mal dass sie wirklich ein bisschen von ärger fernbleiben wollen von daher naja was soll ich muss doch hier lang ich fange erst mal mit der mission an und dann habe ich ja noch vielleicht erledige auf dem weg tatsächlich sogar noch eine mission ich denke mal so ein bisschen was okay obwohl ich könnte noch mal hier was hat er gemeint aber sein seine frau oder eine bild einmal die woche oder öfter schlagen ja interessanter vorstelle ah plünderer not another step or there'll be one corpse more what are you doing what one does in the country harvest in just switch from wheat fields to battlefields corpses look fresh some of these men still alive a bit ago right hi they were wounded but breathing ailer could have helped them but no wheelers around just us yeah just thieves and murderers war plowing starting to annoy me and i don't like being annoyed okay uhuhu uhuhu das bisschen was muss ich heilen ouch hey ouch hey 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 gut dass die so schnell aufgeben Das sollte den erledigen. Der hat auch nicht mehr viel. Shoot. Okay, komm her. Okay. Wieso? Wieso rächtet die Axt keinen Schaden an? Ah, und jetzt auf einmal. Beobachte, das ist Regen. Quicksword. Price. Teuerste Schwerter zuerst. Je teurer, normalerweise, desto stärker und so ist es auch einigermaßen zumindest. Was ist das denn? Oh, das Blinders. Ja. Oh, ist viel low. Okay, gut. Haben auch mal davon was gefunden. Natürlich hier. Okay. Eine Menge Junk. Müssen wir mal gucken, wie wird das alles los werden. Keine weiteren. Keine weiteren. Keine weiteren. Korps around. Mal sehen, was der Honig tut. Oh, der Honig tut seine Arbeit. Uiuiui. Der heilt gut. Sollte... Sollte... ...zirka ein Viertel geheilt haben. Das Schöne ist, den Honig kann man... ...im Wald finden. Man muss nur ein bisschen gucken. Dann klappt das schon. Ah, speichern. Okay. Sicher ist sicher. Rabbit-Dog. Oh. Survivor. Began! Lass mich, wer du bist! Geh weg! Calm down. Es ist vorbei. Oh. Cool. Einfach mal so. So. Ja. Oh. Ja. Wunderschön. Die Toads. Ich kann sie nicht hören. Die Vögel, Toads, die... Oh. Oh. Ist das The Wild Hunt? Das wäre natürlich... Müsste eigentlich... Ne, das ist nicht die... Wild Hunt. Das sind... Das sieht aus wie Frostgeister. Oh, doch. Und jetzt brennt's. Alles klar. Die Eismänner haben das Feuer gebracht. Hmm.